Peter Maffei Sonniaris möchte es ebenfalls als Musiker schaffen, auch, wenn die Reise gerade erst beginnt. Peter Maffei Sonniaris, ich bin bereit für die große Reise. Es ist offensichtlich, Peter Maffei, 74, geborene Mackay, und Sonniaris Mackay, 20, gleichen sich optisch sehr. Auch ihre Herzen schlagen im Einklang, und zwar für ihre gemeinsame Leidenschaft, die Musik. Seit Jahren ist Maffei Sprössling seinem berühmten Vater auf den Fersen und möchte nun mit seinem ersten eigenen Lied fühlen, in dessen große Fußstapfen treten. Er erklärt der Bams, ich weiß, dass ich ganz am Anfang stehe. Aber ich bin bereit für die große Reise. Bodenständigkeit zeichnet den gebürtigen Starnberger aus. Denn ihm wurde im Leben nichts geschenkt. Seinen Weg ebnete er sich selbst. Nachdem sich seine Eltern trennten, lebte Jahres bei Mutter Tanja, 49, auf Mallorca. Erst 2021 zieht er zu seinem Vater nach Deutschland. Denn er hat Gefallen an der Musik gefunden. Da der damals 17-Jährige jedoch finanziell unabhängig sein möchte, arbeitet er zunächst in einer Bäckerei und Kellner zudem. Eine Sonderbehandlung erhält der Sohn des Musikers das nicht, wie er erklärt, zu Beginn habe ich Briefe zugeklebt. Peter Maffay, Jahres ist sicher kein musikalisches Wunderkind. Fördern möchte ihn sein Vater dennoch. Also lässt Maffay ihn in seinen Studios üben. Und siehe da, schnell darf Jahres mit auf die großen Bühnen und sich einen Namen machen. Natürlich ist sein Vater stolz. Jahres ist sicher kein musikalisches Wunderkind. Aber er hat die Bereitschaft zu lernen. Jahres ist fleißig, hat ein tolles Herz und viel Mut. Worte, der seinen Sohn noch mehr beflügeln und an seinen Traum glauben lassen.